Hallo und Servus, mein Name ist Stefan Reisner. Vielen Dank am Interesse am Gründerpreis, an mir und meiner Firma, die sich Hand in Werk nennt. Ich bin 52 Jahre alt, habe zwei erwachsene Söhne und bin verheiratet. Vor einigen Jahren habe ich den Meistertitel erworben, nämlich Handwerksberuf, und mich dann weitergebildet zum Betriebswirt des Handwerks. Als nicht mehr ganzes Hotel habe ich vor einigen Monaten entschieden, mich selbstständig zu machen, mit den Schwerpunkten Instandhaltung, Reparaturen, Böden und im Hauptbereich Steinfoliere. Vor allem das Thema Steinfoliere ist noch sehr unbekannt, bietet aber eine große Vielzahl an Möglichkeiten, um das Haus, das Wohnungs- oder auch den Wohnwagen zu modernisieren, zu verschönern, zum Aufwerten. Ich nähere es dazu auf meiner Homepage bei einem persönlichen Gespräch oder einer Videokonferenz. Vielen Dank für Ihre Stimme und mein Interesse an meiner Firma. Ihr Stefan Reisner, Firma Hand in Werk. Danke.